Bei verminderter Kraft in den Händen und Handgelenken kann das Öffnen eines Parmeladenglases eine große Herausforderung sein. Mit der Hilfe von Manuxa meißen die es jedoch leicht ein Glas zu öffnen und können ihren Tag ohne Schmerzen und ohne Erschöpfung der Hände und dem Handgelenk fortsetzen. Manuxa beschert ihnen einen leichten und unabhängigeren Alltag.